Also wir sind jetzt im Dschungel wieder und neben ihm kam dann Dr. Bob rein und Dr. Bob kam dann so rein. Dr. Bob ist ein Jahr älter als Heinz Hönig. Also Heinz Hönig kam so und Dr. Bob kam so. Ein Jahr älter als Heinz Hönig und Heinz Hönig musste halt aus Altersgründen raus aus dem Dschungel und dann hat er also schon so geweint und Dr. Bob hat er so verkündet, und dann ist er begleitet von Dr. Bob so rausgeschlichen und Dr. Bob muss natürlich dementsprechend auch langsam gehen und dann hörte man ja so, ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch und dann immer so die Gesten, ach Mensch, ach Mensch.